Willkommen auf meinem Spielplatz Es ist an der Zeit für Small Feather Games Und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen an, denn der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen Ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt Du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier Und damit herzlich willkommen an alle Chikos und Chicas da draußen Der Skyland ist am Start Genauso wie eine kleine Runde Let's build Viva Piñata Ohne große Hohenschweif Ihr habt ein bisschen was zu erzählen Aber das will ich während des Spielens machen Gartenspielen Gartennaden Small Feather Gartenbetreter Ich hatte irgendeine Aufgabe Ich habe hier jetzt noch vor Aber ich habe komplett vergessen Äh Starn und Füßern Was? Ähm Vergessen was für Aufgaben wir jetzt noch hatten Ähm Jetzt mal ein bisschen gucken Wir haben den Wolf Haben die Eiche hier am Stüssel Warum auch immer jetzt hier so viele Brombeeren liegen Weiß ich jetzt nicht ganz Siedos am Start Moin Digga Ja das ist schon wieder weg Ähm Oh wir haben 77.771 Ähm Ach Scheiße Ja Pass mal auf Das sind Leute die Die wollten Namen geben Äh Äh Chico und Chica Neutgart und Aleko Ähm Und zwar geht's zu erzählen Wir haben jetzt heute den 9. Und am 11. Werde ich mich äh Nach Bayern begebe Nach München um genau zu sein Ähm Dort werde ich dann einen Tag später Ein Bewerbungsgespräch haben Währenddessen äh Übernachte ich beim Imperator Und Nachdem ich beim Imperator Äh Übernachtet habe Übernachte ich nochmal da Aus einem einfachen Grund Ähm Weil Ich Mittwoch noch da bleiben werde Wir werden nach Nach dem Bewerbungsgespräch von mir Werden wir uns ein bisschen da Umschauen Werden wir mir ein bisschen München mal zeigen Hast du dich gesehen Ähm Von Ja Von dann aus Äh Ist dann der nächste Tag ja irgendwann mal Logisch Dann ist nämlich Donnerstag Und Donnerstag ist der 13. Und 13. Ist was ganz besonderes Da ist der Release Tag von Titanfall Und ich werde Bei ihm Den ganzen Tag Titanfall suchten Das könnt ihr euch so vorstellen Äh Ich werde halt mit der Kamera was aufnehmen Ich hab da Ich kann mein Equipment halt nicht mitnehmen Ich werde aber mit der Kamera halt aufnehmen Und wir werden auch ein zwei Sachen zusammen drehen Wir wollen dann ein ähm Let's Talk zusammen drehen Freue ich mich schon ganz Ganz äh Stark drauf Ähm Muss ich noch schreiben den Text Und äh Ja 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 Und da muss ich jetzt halt gucken Wie ich das mit den Videos mache Ich hab überlegt Ob ich überhaupt was mache Ich hab gesagt Ja komm Du musst was machen Und da ist mir jetzt eingefallen Dass ich jetzt Jetzt schon alles hochladen werde Also alles rendern werde Alles hochladen werde Was ich so am Äh Am Manni hier habe Und äh Die werden ganz möglich Merkwürdige Namen haben halt Äh äh Video Also Montagsvideo Dienstagsvideo Mittwochsvideo Naruto und Äh Wie er Pinata halt hier Dass wenn ihr halt guckt Okay äh Äh Es ist alle Videos Auf einmal will ich mich jetzt aber nicht alle angucken Ich will das jeden Tag halt angucken Eine Videos Dann ja Ist das so die beste Möglichkeit Dann könnt ihr sehen Okay das ist jetzt ein Video von Dienstag Das ist jetzt das Video von Montag gewesen Hast du dich gesehen Dass ihr euch schon eine Reihenfolge halt Behalten könnt Übersehen Äh Übersehen könnt Ähm Aber müsst ihr euch nicht wundern Wenn halt währenddessen halt Ja Äh Keine Videos kommen Ja Seaslice Wo haben wir denn andere Ähm Informationen Äh Und zwar Wollte ein Kollege von mir Es Tola Haben wir hier jetzt am Start Es Tola Das heißt ich darf die beiden jetzt kein Technik Mechtel miteinander machen lassen Es ist schon jetzt eine Gruppensex Sache ne Also Gruppentechnelmechtelsache weil Es Leist ist ja eine Gruppe Und das ist eine Person Und das ist Ach du Scheiße Ist das pervers hier Ähm Aber da gibt es noch ein anderes Äh Normalerweise müsste ich jetzt den Bären dafür nehmen Ich habe aber nun mal Keine Lust jetzt Einen Bären jetzt hier rein zu holen Und die beiden hatten einen Namen Wunderschön Einmal Onkel Pädobär Und Schwingtitte Mh Jetzt Und äh Ja Weil die es unbedingt wollten On Kel Pedo Titte Ja Und der freut sich drüber Das ist natürlich Grandios Das freut mich Dass du dich freust So Ähm Sag mal hier Dragonflies Das ist Impi Genau Hier möchte ich auch noch einen Namen vergeben Oder Ne Lassen wir mal Das wäre eigentlich Weil sie mich nicht gefragt hat Ob ich den Namen vergeben Würde Ich muss ja noch irgendwelche Pinatas haben An denen man Namen vergeben kann Ja los Donut Du musst langsam mal schlüpfen Na wieso habe ich denn jetzt hier Hauptweise Brombeeren liegen Das gibt's doch nicht Wo ist er Hau sie jetzt ab Hat er Schiss Was soll denn das jetzt Ja Exios Der ist noch nicht abgehauen Fresse Was soll denn das denn jetzt Was soll denn das Die Auszeichnung erhalten Das ist Hau Okay Es ist gruselig Der wird ja mal größer Was soll das denn Ich hab doch einen scheiß Wolf dahin geschickt Wir haben Schwanana verloren Der hat einen Schwanana gefressen Nehmen wir es noch da Okay Eichel Okay Eichel ist am Start Was soll mit Elephanilla Ah da ist Elephanilla Ach du Scheiße Bist du ein Vieh Oh Alter die Eiche haut aber rein Jetzt gerade Sehr schön Ich weiß Wir haben Schwanana verloren Der hat einen Schwanana gefressen Alter wie viel Willen die Eiche noch geben Der hat gerade schon Drei Stück gemacht Vier Brombeeren gegessen Ausrufezeichen Also Fahrerzeichen 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 Exos wir müssen hier nochmal Ne Behausung bauen Was ist Eastlice Donut 3 Den verkaufen wir Ach nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ich baue jetzt noch mal ein Haus, okay. Oh, die ist auf Jagd. Warum habe ich sie denn zur Jagd geschickt? Guten Abend. Du musst mir noch mal eine Mellowwolf-Bausen basteln, Digga. So, was ist das mit dir, Elephant-Niller? Wahrscheinlich noch gar nichts gefressen. Einen hast du wahrscheinlich gefressen, wa? So. Er hat noch nicht einen Scheiß-Bausen hier drin, ne? Willst du mich veräppeln? Was ist das mit dir jetzt passiert? Affe. Ja, gerade keine Schönheit. Aber gut. Wir haben zwei Levels hier geschafft. Das ist natürlich nicht schlecht, man. Das freut mich natürlich ungemein. Sind wir ein Affen hier? Ja, Bunenbodenblock. Jöööö. Okay, jaja, 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 jaja. Lager nicht. Ähm, hast du was mal jetzt? An Tieren vielleicht mal. Wo sind alle? Okay, dann noch mal Ivo nachschauen. Wenn er was Nützliches wieder hat. Komm, ich nehme mal ein Wunderbonbon hier für Axios mal hier. Dass ich gerade so viel durchmachen möchte. Guck mal hier. Dich. Enstallon. Mmh. Oh, schön. Hier kann man auch nichts fallen lassen. Auch schön. Jetzt muss ich hier auch zwei Stück verkaufen. Raus. Ivo. Nein, jetzt ist da ein Diamant im Weg. Ich wünsche... Ah, ja. Keiner Gugu Alter ist knaffig Ja Keiner Gugu Wie beeindruckend Du hast ein geiler Gugu angelockt Sie kommen erst dann, wenn sie wissen, dass keine sauren Piñatas in deinen Garten sind Achso War das der letzte saure Piñata? Cool zu wissen Ähm Ivor Ja, Baumeister, fertig Freue ich mich Ach, irgendwie wusstest du das Das heißt, Estolan wurde wegen dir geschickt, oder was? Ja, warte mal, was können wir noch Immer noch zwei Stück gewinnen Eins, zwei, drei, vier Fünf, sechs Sieben Acht Neun Zehn Elf Zwöl Dreizehn Vierzehn Einen hab ich kaputt gemacht Fünfzehn Scheiß, wie viel hab ich denn da hingeschmissen Jetzt sehen wir noch mal ein paar Raus Raus Vivo Ja, ich komm durch Ja, ich komm durch Piñata Fingerin, Jägerin Blablabla Scheiß da, ey Ja, ich bin sicher Ja, ich glaube auch, dass wir was finden Damit ich dir den Hals umdrehen kann, Alter So Ja, ja, Jägerin fängt Piñata Ich weiß es ja jetzt Was hab ich dir jagen lassen? Ich hab keine Ahnung Warum hab ich den Quackberry jagen lassen jetzt? Ach, ich glaub ich weiß warum Du, Fressen, Quackberry Ja, jetzt erfrisst Quackberry Ähm Und jetzt muss ich noch mal einen Quackberry jagen lassen Sehr schön Sehr schön Ach ne, nicht Express Express Ist so teuer Ja, sehr schön Wo haben wir den scheiß Quackberry da? Geht gut So Jetzt muss ich noch mal kurz gucken Wie viel braucht Elephanilla? Wahrscheinlich nur eins gefressen, ey Diese Blöde So, dann können wir auch gleich mal den anderen mal gucken Elephanilla Auf der Umbesuch 16 Bromberg Das heißt, er hat eins gefressen Wow Wie ist denn noch vier? Ah ne, warte mal Ich würde mal Gerade gucken Ähm Ähm Nichts dabei Galagugu Ob das Galagugu Wohl zu oft in Donnersträuchen gesessen hat Selbst jetzt kriegen die Wissenschaftler sich noch nicht Noch in die Haare, wenn es darum geht, ob dieses Tier nachaktiv ist, weil es so große Augen hat oder ob es große Augen bekommen hat, weil es tagsüber nicht aus den Feldern gekommen ist Das ist eine gute Frage Eine Säure-Säule aus acht Teilen Ein Mond am Stiel im Garten für den Besuch und den Fragezeichen hat vier Tulpen gegessen Nichts wie es nachher Nichts wie es... Nichts wie es schwein Seiner Untertan. What the fuck. Auf der Run, 38er, hat 5 Donutbewohner im Garten. Okay. Wert von 40.000 Schokomünzen. Ich weiß gar nicht, wie viel jetzt mein... ...überhaupt wert ist. Ähm. So geht's. Liefers Klatsch. Liefers. Spieler aus der Piñatas. Spieler aus Aufzeichnungen. Tag 100. Am 100. Tag. Kam es. Okay, jetzt wird jetzt nur gezeigt, was da alles gemacht wird. Zuerst auf der Piñatas bringt mir nix. Spieler aus Zeichnungen. Okay, dann komme ich hier wieder zurück. Ähm.